In zwei Tagen geht es los, dann mache ich mich auf. Fahrrad! Ich bin eigentlich guter Dinge. Über 7.000 oder 8.000 Kilometer geht es nach Alaska. Um noch auf eins zu konzentrieren, auf meine Tour. Genau, links. Von Vancouver aus starte ich meine Reise. Dort geht es über den Sea to the Sky Highway, über die Rocky Mountains, über den Yellowhead Highway, den Kessler Highway, den Campbell Highway, über Anchorage, ans Meer, nach Valdez. Guck mal, Klaus, was habe ich hier in der Hand? Den Orden hast du mir gegeben, weil du so eine riesen Tour machen willst mit dem Fahrrad. Dieses Fahrrad hier ist über 30 Jahre alt. Da musst du dich ein bisschen mehr ansteigen. Du schlägst auf so eine Serie. Klar, du bist schon mein Onkel, ich bin dein Neffe, aber jetzt, im Moment, existiert dieses Verhältnis nicht. Jawohl, genau, genauso musst du schlägst. So wie du jetzt schlägst, will ich auch, dass du Fahrrad fährst. Wochenlang, Wochenlang, genauso. Man kann hier den Lenker verändern. Bessere Bremsen, bessere Räder. Weiß ich, vielleicht kommt ein Grizzly raus. Du hast nur drei Reine und musst dann quasi das Fahrrad geben. So, ja, meine Tour, die habe ich komplett aus dem Boden gestammt. Ich habe all meine Sachen verkauft, ich habe mein Motorrad verkauft, ich habe die Orden meines Vaters, meines verschorbenen Vaters verkauft. So, und in zwei Tagen soll es losgehen. Okay, nochmal symbolisch. Bist du heute der Weltmeister? Danke, so, na, hau rein. Danke, Stefan. Danke, Stefan.